Hallo und herzlich willkommen! Wir sind gerade auf einer LAN-Party, wie man vielleicht hört. Leider können wir deshalb auch nur mit so einem Headset aufnehmen, weil ich mein Mikro sinnvollerweise nicht dabei habe. Und man hört vielleicht den Korbi, den Julian, den Markus und den Kevin im Hintergrund. Und hauptsächlich würde man leider nur mich hören, aber das ist ja egal, ist ja auch mein Kanal. Und das reimt sich. Und wir spielen mal wieder eine Runde Ranked. Boah, die reden hier alle zu viel. Ich will hier eigentlich was erzählen. Und zwar habe ich ja einen neuen PC und da teste ich gerade eine neue Aufnahmemethode. Und ihr müsst mir einfach mal in die Kommentare schreiben, ob das so besser ist oder schlechter. Und ich will nicht hören, öh, man hört die anderen gar nicht. Weil, ja, das liegt daran, dass sie kein... Sag mal an! Oh, da oben drüben. Ihh, da muss ich voll das Profilbild zensieren bei dem einen. Ja, du warst der letzte, Markus. Ich werde mal so ein bisschen auch hier ab und zu mal, wenn ich kann, zumindest wiederholen, was die so sagen. Äh, also, was heißt wiederholen, halt so kurz, wenn ich auf irgendwas antworte, so sagen, noch das Thema dabei erwähnen. Wer hat die... An dem Moment, sind wir Terroristen oder Counter-Terroristen? Schreibt man Ace nicht anders? Nein, ich hätte es... Oh, ich habe Skype nicht ausgemacht. Ähm, ich hätte es mit Ding geschrieben. Mit Doppel-S. Da oben rechts ist einer. Doppel-S? Das ist Ass! Ach, komm, ich wollte gerade ausweichen. Die kommen da jetzt alle durch, Kevin. Die kommen da jetzt alle durch. Ja. Ich komme über den Reitern. Julian, den lockt alle in die Falle. Ich habe einen Leiter. Ah! Mega geflasht. Markus ist immer... Ne, Julian war der Letzte noch. Oh, Julian ist der Letzte. Ah, Hilfe, es leckt. Boah, ich habe nur so 200 Frames oder so. Ach, Scheiße. Ich nehme jetzt noch mit 24 Frames auf. Tut mir leid, YouTube. Tut mir leid, YouTube. Oh, wie gesagt. Neue Aufnahmemethode. Bräuchten wir eure Meinung. Ob es besser, schlechter oder gleich gut ist. Julian hat die Schnauze. Alter, wieso waren die schon unten? Ich wollte mich da kurz durchsneaken. Oh, Corby hat ein Kill gemacht. Glückwunsch. Oh, ich sehe auch gerade, da hängt noch das Tive-Kull-Logo drüber über den Kills. Das ist ja ganz sinnvoll. Das ist ja sehr sinnvoll, dass das Tive-Kull-Logo über den Kills hängt. Aber man sieht es. Man sieht es noch. Oh, und Kevin wurde gerade mit einer HE getötet. Und Corby legt gerade die Bombe. Oh. Guck mal, er ist nicht gestorben. Aber da rechts ist einer. Also zumindest kam da gerade ein Schuss irgendwo her. Oh, Corby. Niemand weiß, wo du bist. Nein. Niemand weiß, wo du bist. Er ist ein bisschen einfach mehr. Flashbang. Wie viele Flashbangs du hast. Boah, mich juckt es hier voll. Boah, gewinnen wir da jetzt tatsächlich eine Runde? Nein. Der Tüter hat... Wieso essen hier alle? Ich finde das nicht gut, dass sie alle in der Aufnahme essen. Aua. Ich werde hier mit Toffees. Die schmecken nicht. Habe ich die Reload-Taste erwischt? Ich finde das nicht gut, dass sie alle in der Aufnahme essen. ich glaube ich habe sie schon gesagt dass wir auf der party sind ich gehe mal andersrum mit messer in der hand bisher egal die kommen da von hinten ja das habe ich gesehen weil du ne ich weiß ich denk julian julian steht neben mir schießt nicht hieß mir denkt dann wird das auch wer von uns da ja da muss halt immer stehen julian deckung deckung julian doch tust du auch aber das macht ja nicht viel schaden zu den büßen irgendwann trifft einer der von unten kommt haben wir gegen diesen vor pokken nicht schon mal gespielt nein gegen den vor pokken tatsächlich die map haben wir schon mal gespielt und ein team beschoss ist an nicht auf markus schießen und ich weiß nicht ob man euch hört ach so ja das ist ja alles klar da steht einer mit einer pistole rechts hinterm roten container wer auch immer da steht julian da rechts hinterm roten container decken rückung oh da hat wer wen gekillt wer ist eigentlich Sprite? wieso haben wir Sprite im Team? ach so hä? ne Sprite haben wir ja gar nicht im Team ja haha julian hat ihn nicht einmal getroffen sehr gut ihr seid alle schlecht ich bin drittbester im Team ich bin vierter im Team ja natürlich äh warum wer wollte eigentlich rank machen? julian? julian wollte rank machen ich bin drittbester warum ist Corby eigentlich bester? ok weil er positiv ist als einziger der ist neutral ja das ist positiv 5-5 ist positiv Kevin ich hab ne boah wer schießt denn hier auf mich? warum schießt du auf mich? Kevin ich bin der Bombenträger oder? ich geh mal zu B la 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 ich blende jetzt bei B und keiner merkt's der Orang ne? äh ist hier clean? ich bin der Bombenträger so einfach mal kurzes Blenden noch abbrechen wir haben ja genug Zeit nicht? haha nein Kevin du hättest mich nicht mehr so ach komm die eine Runde wenigstens hoch da oben oben auf der Barrikade oben auf der geh nein nein nicht raus nicht raus nicht raus der ist sich nicht wer hat die Tür zugemacht? jetzt weiß der doch dass der wer ist oh der hat euch nicht gesehen der hat der hat ist wurscht der hat da reingeschaut und hat euch den Rücken zugekehrt und das Gegenüber reingegangen egal äh Moment äh Ausrüstung wieso tue ich eigentlich immer mit der Maus einkaufen? im CSS habe ich immer mit Tastatur eingekauft und ich habe Skype immer noch nicht aus äh ich bin glaube ich ein bisschen langsam oh wo seid ihr denn wohl? äh das ist übrigens unser drittes Ranked aber ich glaube ich lade es einfach als erstes Ranked hoch sehr egal oder? die Reihenfolge äh ich habe auch absolut keine Ahnung ob ihr die Leute überhaupt verstehen könnt die hier im Hintergrund reden ein nicht Corby ist auf jeden Fall voll der Pro Player der hat nämlich seine Kopfhörer abgenommen Julian hat gar keine auch und Kevin auch nicht woher soll ich denn meine Kopfhörer nehmen, wenn du die hast? ja stimmt ich habe nämlich mein Mikro vergessen und deshalb habe ich gerade Kevins äh Kevin mit 100% links warte erstmal ein Bringel oh oh mit Julian was hast du eigentlich für ein cooles Symbol? du hast schon drei Dinger was ist das? in was Silber? bist du Silber ranked? ach du bist echt Silber du bist echt ranked lol weil wir ziehen dich also voll runter auf gut Deutsch und ich renne einfach mal mit der Schott ran rein ja zumindest hat er mich wieder angeschossen sind wir jetzt? die sind auch für ein Spiel wann kämmt der da? echt sind die auch für ein Spiel? wo kämmt wer? wo steht das Kevin? da da rechts oben der Grüne könnte der mal bitte die Bombe aufheben wenn er da schon grad ist ähm nein warum nicht? hinter dir da oben ach so du redest nicht mit mir verdammt wo? ansage verdammt so das war ein sehr schwieriger ich bin auch so gegen kann ich einfach wegschauen oh da oben ja mit der Shotgun auf die Entfernung kannst du es vergessen das ist immer Top Shotgun gegen Snipe auf große Entfernung aber ich bin Team Zweiter ne du bist Erster du Pfeife drückt halt einfach Tab wieso fragt ihr mich wieviel der ihr seid? ihr könnt doch einfach Tab drücken hey man kann doch Tab drücken was? äh zu viele ich glaub du wirst sogar wenn du mich jetzt tötest direkt gebannt äh weil noch kein Kampf stattgebunden hat wenn du vor dem ersten Schuss ein Teamkill machst wirst du direkt rausgeworfen Korbi Bro! das war echt gut geschossen grad möchte ich mal anmerken ja man muss komm eine Runde müssen wir jetzt noch holen dann macht die Augen auf eine Runde wenigstens und wir nehmen schon zwölf Minuten auf Jonathan das ist kein guter Kommentar und man sagt wie das kann man auch nicht da gibst du ne rote Leiste hey was? ach so aber ich nicht ich hab keine rote Leiste ich hab hier unten nur ne Zahl stehen was? seine E-Mail ist laut? Markus' E-Mail ist laut? ja ich bin auch E-Mail ich auch E-Mail was ist E-Mail? da kommen immer nur so scheiße dann Kevin forever alone bekommt nie E-Mails äh die liegt ja ich hatte die Bombe soweit ich weiß und ich bin da links in dem Gang gestorben genau das war so klar dass hier einer kämpft der andere wird hier auch noch campen der hat ne Flash geworfen natürlich der wirft ne Flash und rennt zurück weil er denkt er hat sich geflasht aber egal ich könnte mir sogar ne AWP leisten aber ich kann mit sowas nicht umgehen braucht wer ne AWP? ne braucht wer? hä was? wie kannst meine haben? ja ja mach mal ne ich brauch keine Sniper aber nächste Runde hab ich genug ist mir egal nächste Runde hab ich genug Geld um dir eine zu kaufen ich hab nämlich jetzt ein paar Runden billige Shotguns nur gekauft oh Leute da ist ne Hochexplosivgranate also ich stelle mich mal hier vor die Tür soll ich da einfach mal rein sprayen naja kann ja nix schaden oder? ey Kevin mag mal ich hab einfach mal rein gesprayt ich war nämlich zweimal geflasht weil Kevin landet die Blendgranate mal drunter aber ich hab ihn gesehen bevor ich bin immer noch zweiter also zumindest war das links oben links oben links oben wie der dich immer noch abschießt obwohl du schon tot bist ja deshalb ist auch schon die nächste Runde losgegangen brauchst du jetzt ne AWP ja warte wie werfe ich die? Kuh oder? hier sollte jetzt irgendwo ne AWP liegen ne wie lege ich die ab? geh bitteschön ja moin und jetzt muss ich mir noch was normal anderes kaufen so korbiert ne AWP die Runde kriegen wir da ich bin schon wieder geflasht jawoll ja macht der mir mit dem scheiß Ding 111 Schaden in einem Treffer das gefühlt kann ich das ist immer der mit dem scheiß Ding hehehe Julian hat halt einfach nur ne scheiß Ding ja wir brauchen ne scheiß Ding hab ich schon mal erwähnt dass mir ein Messershortcut fehlt in Counter Strike Kobi was war das? ja aber du hast nicht geschossen ja ich hänge bitte in dem Geländer ich geh laut was das sind irgendwo Gegner Julian was? nein schau mal Julian ich hab schon die Bombe gelegt siehst du noch nicht mehr aus ja genau ja wahrscheinlich bei der Bombe rechts rechts nein bleib doch oben bleib doch oben Julian hat der jetzt grad die Tür zugemacht vor allem die Bombe liegt immer noch nein mach zu hä wieso liegt die Bombe eigentlich immer noch? wann explodiert die? mach auf ach die ist gar nicht gelegt ach so ich dachte die ist gelegt die ist mir runtergefallen als ich übers Geländer gestorben bin hahaha ich hab mir schon gedacht hm warum hüpften die da so komisch ins Bild das ist aber eigenartig ich bin so wongel ja ist sehr schön ja du hast dir grad ne Waffe gespart zu kaufen deshalb hast du wieder ne RPW ich muss alles wiederholen ach so ich hab ihn geholt weil hier mal ins Internet wir werden nur eine Runde als Counter Terroristen spielen richtig Julian wir werden nur eine Runde als Counter Terroristen spielen ich wiederhole einfach mal sicherheitshalber alles oh sehr schön wieso haben die jetzt nen Bot der hat mich durch den Nebel erschossen der hat mich durch den Nebel erschossen der war hinter der war hinter ach Leute sehr schön Julian auch wenn es ne Loopsniper ist besser als nichts ich hab boke ich hab boke boke mit 14 Schaden erstmal hässliche Original bringen das bohr schmecken ich muss irgendwie ich kenne nicht 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 oh oh GetShrek hat die Verbindung getrennt warte 3 weitere Minuten zum Abbruch ich kenne nicht auf der Liste also das ne das ist erst 11 mal was? das ist erst 11 stimmt das ist echt erst 11 die nöööööööööööÖ warum sieht die Brandgranate aus wie ein Molotov guck der Brandgranate Brandblendgranate ist hier irgendwo einer? ich werde von irgendwo links getroffen das ist noch schlimmer dass du nicht getroffen hast auf die Entfernung ja das war auch die Ansage von Kevin dass du alleine bist oh wieviel Schaden hast du ihm gemacht ja das geht ja 63 in einer Minute ist Abbruch ach so in drei Runden ist es vorbei Jungs haben wir eigentlich je mal eine Runde gespielt wo wir auch gewollt wo wir eine Runde geholt haben ja ja das sagst du jede Runde Julian ja ich werde getroffen ich bin tot ja so wir kriegen hier gerade die Durchsage dass es glaub noch was zu essen gibt einfach mal so für die Leute auf YouTube ne wir nehmen nur grad auf deshalb so ja kein Problem sind eh schon alle eingeschlafen die Zuschauer du hast sieben Kills woher hast du sieben Kills ja ich glaub die ganze Zeit mit der LP7 das ist mal so was Korbi steht 1113 der ist unser bester Mann Kevin was machst du mit 9200 und gibst sie nicht aus gib doch mal Korbi ne AWP ja gib ihm einfach schnell ne AWP er geht rückt kaufen geht rücken ja aber da aber du warum hast du jetzt eigentlich deine Waffe zählt so mal kurz Zwischenfrage ach so aber deine Reaktionen sind gut oh sieben Tage letztes letztes Rank hat einer 30 bekommen oder er war öfter ja ist bei LOL doch das gleiche oder ne stimmt bei LOL ist es nur wenn du liebst in der Champion Auswahl und auch nur so 15 Minuten echt ach ja stimmt wurde gleich dein zweiter Account Julian hat am zweiten Tag wo er LOL gespielt hat einen zweiter Account erstellt weil er für einen Tag gebannt wurde sucht die von hinten von hinten Colvin von links von hinten kommt gleich einer eventuell Korbi ja da kommt einer von vorne selbst wenn sie nach die Reaktion haben die Rekord-Fahrer Korbi nehmen sie wieder von allen Seiten noch im Angst ja alle Kitekaru 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 oh Twix Twix ich bin Twix danke ja natürlich in der Aufnahme ein Twix geht immer ich stelle das Twix hier hin und sobald die Aufnahme fertig ist gibt es das als Belohnung jetzt haben sie ihre Schrotzeit was Schrotzeit 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 oh Teamwechsel jetzt sind wir Counter Terroristen ah die sind halt voll OP jetzt nehmen wir kriegen wir jede Runde Julian ich hole mir die Autopistole damit wir auch wirklich jede Runde ich hab keine Autopistole ich hab die nicht im Inventar drin ich fand die scheiße weil du sofort keine Money mehr hast so und ich entschuldige mich nochmal dass ich Skype nicht geschlossen hab die sind hier alle schon um die sind zu viert da um die Ecke den einen von den vier hier Julian ist du dann Twix in der Aufnahme äh B wahrscheinlich ja B Scheiße in meiner in meinem Keller liegt vielleicht oh der hat sich einfach mal weg snacken lassen unter unter hast du grad hehehe Kevin kriegt noch einen Assist gut das war's danke fürs zuschauen euer Talfco Euer Talfco der ich du der der du j du